Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Kurz vor 9 Uhr Ortszeit in New York. Ein US-Passagierflugzeug stürzt auf einen der Türme des World Trade Centers. Wenig später rast eine zweite Maschine in den anderen Turm. Beide Gebäude stürzen kurze Zeit später nacheinander in sich zusammen. Gegen 10 Uhr stürzt ein Flugzeug auf das Gelände des Pentagon in Washington. Das Verteidigungsministerium geht teilweise in Flammen auf. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die USA sind von einer beispiellosen Terrorwelle heute heimgesucht worden. Nach dem World Trade Center und dem Pentagon galten die Angriffe den Zentren der finanziellen und der politischen Macht. Behörden befürchten Tausende von Toten und Verletzten. Über die Hintergründe der Terrorakte gibt es noch keine Erkenntnisse. Neben den Anschlägen auf das World Trade Center und das Verteidigungsministerium explodierte in Washington eine Autobombe vor dem Außenministerium. Außerdem stürzte ein Passagierflugzeug bei Pittsburgh ab. In Washington und New York herrschte nach diesen Anschlägen Chaos auf den Straßen. Ganze Viertel wurden abgeriegelt. Präsident Bush sprach in einer ersten Stellungnahme von einer nationalen Tragödie. Es ist der größte Angriff auf die Supermacht und in den USA gab es keine Ahnung, keine Vorwarnung. In kurz vor neun New Yorker Zeit rammt ein Flugzeug den ersten Turm des World Trade Center. Genau 18 Minuten später fliegt ein weiteres auf den zweiten Zug und schlägt ein. Beides Maschinen der American Airline, beide wurden vorher entführt. Zusammen waren 156 Menschen an Bord. Etwa eine Stunde später stürzt eine Boeing 737 auf das Verteidigungsministerium in Washington. Ein Teil des Gebäudes ist verwüstet. In der Zwischenzeit kollabiert der erste Turm des World Trade Centers in New York. Kurz danach der zweite. Zu dieser Zeit sind die 110 Stockwerke der Türme gut besetzt. Rund 50.000 Menschen arbeiten hier. Für die meisten hatte der Arbeitstag gerade erst angefangen. Panik auf den Straßen, Rauch überall. Asche zentimetertief. Die Rettungskräfte kommen nur schwer durch, der Verkehr bricht zusammen. In dieser Zeit stürzt ein Flugzeug in der Nähe von Pittsburgh in Pennsylvania ab. 45 Passagiere waren an Bord. Das Pentagon brennt und in Washington explodieren jetzt Bomben am Kapitol und am Außenministerium. Der Westflügel des Weißen Hauses, das Außenministerium und sämtliche Regierungsgebäude in der Nähe werden evakuiert. Es macht mir große Angst, sagt diese Frau. Ich will nur noch nach Hause. Ich bin geschockt, dass wir so völlig unvorbereitet sind, sagt eine andere. Es gab zwar keine richtige Warnung, aber die Situation war politisch schon sehr angespannt hier. Der Präsident war heute auf Schulbesuch in Florida, als er die Mitteilung bekam. Inzwischen wird in amerikanischen Regierungskreisen über die Täter der verheerenden Anschläge spekuliert. Nach Angaben ranghoher Politiker sprechen Anzeichen dafür, dass Personen, die mit dem Extremisten Bin Laden in Verbindung stehen, für die Terrorakte verantwortlich sein könnten. US-Präsident Bush bekräftigte in einer zweiten Ansprache, es seien alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, um Amerika zu schützen. Klaus Kleber in Washington, wie sehen denn diese Sicherheitsvorkehrungen aus? Es hat ja heute sich gerade gezeigt, wie wenig Sicherheitsvorkehrungen ausrichten können gegenüber Terroristen, die zu allem entschlossen sind. Das ist eine Tat, für die man eine perfekte terroristische Organisation braucht, aber ganz sicher keine riesigen Armeen. Die Menschen, die diese Anschläge heute verübt haben, die brauchen nicht mehr als ein paar Dutzend zusammenzubringen Menschen, die zu allem entschlossen sind. Die Sätze von Sicherheitsvorkehrungen, auch von Strafe und Verfolgung sollen beruhigend wirken für eine Nation, die heute etwas erlebt, was sie nie für vorstellbar gehalten hat. Das ist der schlimmste Angriff auf die Vereinigten Staaten seit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in Pearl Harbor, als damals eine ebenfalls unvorbereitete Nation diesen Angriff erdulden musste. So wird das jetzt auch gesehen. Die Nation ist noch unter Schock und sie reagiert natürlich auch mit Überraschung darüber, dass der Präsident nun ausgerechnet heute nicht im Weißen Haus ist, sondern sich melden muss aus einer Luftwaffenbasis in Louisiana, wo ihn offensichtlich seine Sicherheitsleute davon abhalten, sofort nach Washington zurückzukehren. Das bedeutet nicht, dass die Regierung führungslos ist. Der amerikanische Präsident ist immer in Verbindung mit allen entscheidenden Stellen, auch mit seinem Verteidigungs- und Außenminister in dieser Situation. Donald Rumsfeld, übrigens der Verteidigungsminister, soll im Pentagon gewesen sein, als dort der eine Anschlag passierte, als eine Maschine dort hineinstürzte. Allerdings war sein Flügel des Gebäudes davon nicht unmittelbar betroffen. Klaus Kleber war das mit Informationen aus Washington. Wir wollten jetzt eigentlich nach New York schalten, aber das scheint nicht zu klappen. Wir ziehen Israel vor. Es gab Palästinenser, die haben Freude gezeigt über diese schrecklichen Anschläge. Peter Dutzig in Tel Aviv, spiegelt das denn die allgemeine Stimmung unter den Palästinensern wieder? Ja, es war eine klammheimliche Freude heute in Ost-Jerusalem. Die Leute sind auf die Straße gegangen und haben gejubelt. Die Vereinigten Staaten sind schon seit vergangenem Jahr, sind sie eigentlich nicht mehr der ehrliche Makler in ihren Augen in diesem Friedensprozess, sondern die Amerikaner sind eben der Freund der Israelis und sie unterstützen die Israelis in diesem Friedensprozess. Und so, die Palästinenser unterstützen den Terror insgesamt, nicht gegen Amerika, sondern gegen Israel. Und bei letzten Umfragen hieß es ja nun, dass drei Viertel der Palästinenser Terror gegen Israel befürwortet, gegen israelische Einrichtungen, gegen israelische Zivilisten, gegen israelische Soldaten. Aber der Terror sollte sich nicht gegen die Amerikaner richten. Trotzdem eine klammheimliche Freude, dass den Amerikanern dieses heute passiert ist. Nun hat ja eine radikale palästinensische Splittergruppe erst vor kurzem Anschläge auf die USA angekündigt. Wie schätzen Sie das ein? Kommen palästinensische Selbstmordattentäter für einen solchen Terroranschlag infrage? Also man geht hier nicht davon aus, dass es palästinensische Organisationen waren oder eine Organisation, die dieses verheerende Terroranschlag in Amerika verursacht hat. Hamas und Dschihad und Volksfront sind sicherlich nicht so stark, sind nicht so organisiert, dass sie einen solchen Terroranschlag durchführen könnten. Vor allem, es richtet sich ihr Ziel nicht Amerika, sondern sie sagen, die israelische Regierung ist unser Feind. Die wollen wir bekämpfen, hier im Lande von den autonomen Gebieten aus. Also nicht in Übersee, nicht in Amerika und sicherlich nicht auch in Europa. Vielen Dank, Peter Dutzig, mit dieser Einschätzung. In Deutschland, vor allem in Berlin, sind als Reaktion auf die Terrorwelle in den USA die Schutzvorkehrungen drastisch verschärft worden. Für Regierungsgebäude, aber auch für amerikanische und israelische Einrichtungen gilt Sicherheitsstufe 1. Alle Flüge in die USA sind bis auf Weiteres ausgesetzt. Bundeskanzler Schröder drückte es in einer kurzen Erklärung vor der Presse der US-Regierung seine tiefe Anteilnahme aus. Die verabscheuungswürdigen Anschläge seien eine Kriegserklärung gegen die gesamte zivilisierte Welt. Auf allen öffentlichen Gebäuden ist Trauerbeflaggung angeordnet. Für morgen hat Bundeskanzler Schröder eine Erklärung vor dem Bundestag angekündigt. Dann soll auch entschieden werden, ob die Haushaltsdebatte ganz verschoben wird. Am Abend wird sich Schröder dann mit den Fraktionschefs treffen. Und in Berlin ist uns jetzt Uli Deppendorf zugeschaltet. Herr Deppendorf, wissen Sie schon was Näheres? Nein, in diesen Minuten kommt man jetzt im Kanzleramt zusammen. Alle Fraktionschefs werden jetzt von Bundeskanzler Schröder unterrichtet. Das Lagezentrum im Kanzleramt hat sozusagen die Leitung aller Krisenstäbe übernommen. Gegen 21 Uhr wird dann der Bundeskanzler noch einmal vor die Presse treten und eine weitere Erklärung abgeben. Wir haben vorhin gehört, dass morgen auf jeden Fall die Haushaltsdebatte abgesagt worden ist. Man wird auch darüber jetzt mit den Fraktionschefs beraten, wie es in dieser Woche weitergeht. Vielen Dank, Uli Deppendorf nach Berlin. Das Auswärtige Amt hat eine Hotline für Bürger eingerichtet, über die Sie sich, wenn Angehörige in Amerika sind, informieren können. Die Nummer lautet 01 3 mal die 8 17 46 00. Ich wiederhole nochmal, 01 3 mal die 8 17 46 00. Große Betroffenheit herrscht auch in Brüssel. Dort kommen morgen die EU-Außenminister zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. EU und NATO verurteilten die Attacken auf die USA auf das Allerschärfste. NATO-Generalsekretär Robertson rief die Mitglieder der Allianz und die internationale Gemeinschaft zum gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus auf. Rolf-Dieter Krause, was passiert denn bei Ihnen zurzeit in Brüssel? Hallo, ich sehe, die Schalte nach Brüssel kommt nicht zustande, sondern wir haben New York. Das ist Thomas Nehls. Herr Nehls, wir wollten von Ihnen eigentlich wissen, wie ist die Situation im Moment in New York nach dem Zusammensturz des World Trade Centers? Gut fünf Stunden nach dem Einsturz beider Türme, beider 110 Stockwerke, hohen 381 Meter hohen Türme des 1973 errichteten World Trade Centers ist diese Stadt, ist Manhattan vor allem von einem Gefühl der Ohnmacht erfasst. Nicht von Chaos, aber von totaler Hilflosigkeit dennoch und von Empörung, von Wut, von Trauer, auch jeder Flugzeuglärm, der gehört wird und stammt ja auch aus patrouillierenden Maschinen, erschreckt die Leute. Zu Tausenden sind sie noch unterwegs, Evakuierungsmaßnahmen dauern an, um in Schulen, in Hallen, in Krankenhäusern aufgenommen zu werden. Hunderttausende sind es, die sich auf den Nachhauseweg gemacht haben, kurz nach Bekanntwerden der Katastrophe aus dem gesamten Bereich im südlichen Manhattan, die nach New Jersey zurück wollen, die nach Brooklyn, nach Queens und in die Bronx zurück wollen, in die anderen Ortsteile. Das gelingt ihnen meist nur per Boot, weil alle Tunnel gesperrt sind, weil alle Brücken gesperrt sind, weil in der Luft sich sowieso bis auf die Flüge der National Guard und der Polizei nichts mehr tut. Es hat vor 15 Minuten, kurz vor Beginn der Tagesschau, der New Yorker Bürgermeister Rudolf Giuliani den Notstand über diese Stadt mit ihren inzwischen 8 Millionen Menschen erklärt. Kein Mensch, kein Sachverständiger, kein Experte kann im Moment sagen, wie viele Hunderte oder Tausende Menschen unter dem Schutt der beiden Türme und angrenzender Gebäude, die vermutlich auch noch betroffen waren, begraben liegen. Die Rettungsmannschaften, Tausende haben sich natürlich sofort auf den Weg gemacht, sind auch in einer gewissen zwanghaften Tatenlosigkeit dazu verurteilt, ihr Bestes zu denken, aber nicht geben zu können, weil sie gar nicht bis ganz rankommen. Hier und da lodern noch Feuer. Herr Nils, Sie haben die Anschläge auf das World Trade Center zum Teil selbst beobachtet. Was genau ist da abgelaufen? Genau genommen war es um 20 vor neun Ort Zeit, also 20 vor drei deutscher Zeit, als ich mit mehreren ARD-Anstalten noch telefonierte und meine Frau mich darauf hinwies, dass das Welthandelszentrum brennt. Sie war auf den Balkon getreten, wir leben im 35. Stock. Ich sprang dazu, sah den rechten Turm, den 110 Stockwerke auch messenden Turm, im oberen Teil, im letzten Viertel, im letzten Fünftel, in lohnenden Flammen. Eine dichte schwarze Rauchwolke hatte sich gebildet und während ich rasch zum Telefonhörer griff, um einen ersten Sender der ARD zu informieren, man hörte gar keinen Lärm, es war geradezu abenteuerlich, wie das vonstatten ging, war offensichtlich diese zweite gekidnappte American Airlines Maschine in den zweiten Turm gerast. Der brach dann in sich zusammen, nach abermals einer knappen halben Stunde, es war ein schreckliches Bild, dass die, die in Kriegssituationen schon gefilmt berichtet oder sie aus anderen Gründen erleben mussten, die Kriegssituationen mitbekommen, haben sie nur damit vergleichen und selbst in den USA nicht mit den Bombenanschlägen in Oklahoma City und erst recht auch nicht mit dem Bombenattentat, das ja schon einmal verübt worden war, in unteren Stockwerken auf das World Trade Center 1993. Thomas Niels, herzlichen Dank nach New York und wir gehen weiter nach Brüssel. Dort ist Rolf-Dieter Krause. Herr Krause, was passiert bei Ihnen in der Stadt? Hier wird jetzt in wenigen Minuten eine Sitzung des Nordatlantikrates beginnen. Die NATO-Botschafter werden erste Bewertungen austauschen und sie werden sich vor allem mit der Sicherung der NATO-Einrichtung befassen. Denn, so wird hier gesagt, das NATO-Hauptquartier in Brüssel liegt hier in der Stadt wie eine riesige Zielscheibe. Die Bediensteten dort haben heute den ganzen Tag mit sehr unguten Gefühlen nach oben geguckt, denn über die NATO hinwegfliegen vom Brüsseler Flughafen praktisch minütlich die Flugzeuge. Der Flughafen liegt genau in der Abflugschneise. Man wird hier sehr genau auf den Sicherheitsdienst der NATO hören, der Vorschläge für die Sicherung der Mitarbeiter machen will. Viel mehr wird erstmal nicht drin sein. Ein hoher Diplomat sagte mir vorhin, dieses ist der Beginn einer neuen Zeitrechnung, ein Wendepunkt in der Weltgeschichte. Und die Linien, die von hier aus zu ziehen sind für die Zukunft, die sind noch gar nicht absehbar. Dasselbe wird morgen passieren, wenn die Außenminister der Europäischen Union zusammentreffen. Wenn sich wirklich als wahr herausstellen sollte, was viele vermuten, dass die Täter irgendwo aus dem arabischen Lager, aus dem Nahen Osten kommen sollten, dann wird hier eines der wichtigsten Projekte der EU in der Außenpolitik wirklich massiv betroffen sein. Die EU hat sich im Nahen Osten mehr als die Amerikaner in den letzten Monaten darum bemüht, Israelis und Araber wieder ins Gespräch zu bringen. Heute sollten sich Shimon Peres und Yasser Arafat treffen. Dieses Projekt wäre natürlich im höchsten Maße berührt. Und wie dann die Linien künftig sein, gezogen werden, das weiß heute und morgen sicherlich auch noch niemand. Rolf-Dieter Krause war das. Amerika im Aufruhr, im Chaos, durch diese Terroranschläge verwundet wie noch nie zuvor. Klaus, wir wollten eigentlich jetzt mal abfragen, wie in Washington der letzte Stand ist. Ich höre gerade, die Leitung steht noch nicht. Dann sollten wir vielleicht doch noch schnell die Reaktionen im Nahen Osten nehmen. Weltweit hat nämlich diese Anschlagsserie Fassungslosigkeit und Empörung ausgelöst. Der Botschafter der radikal-islamischen Taliban in Pakistan sprach von einem Terrorakt, der aufs Schärfste verurteilt werde. Die Führung der Taliban wies zugleich Vermutungen zurück. Der mutmaßliche Terroristenführer Bin Laden sei verantwortlich für die Anschläge. Er habe nicht die Mittel für derartig präzise geplante Aktionen. Afghanistan gewährt Bin Laden ein Gastrecht. Auch im Nahen Osten hat das Entsetzen überwogen. In scharfer Form verurteilte Palästinenser Präsident Arafat die Anschläge. Mehrere radikale Palästinenser-Organisationen, darunter auch die Hamas und der islamische Dschihad, stritten jede Beteiligung ab. Israel ließ als Reaktion auf die Ereignisse sämtliche Botschaften weltweit räumen. Der Luftraum wurde für Zivilflugzeuge vorübergehend geschlossen. Im Westjordanland feierten mehrere tausend Palästinenser die Terroranschläge. Und wir versuchen jetzt noch einmal nach New York zu schalten. Vielleicht steht die Verbindung. Klaus Kleber, können Sie mich hören? Hallo Klaus Kleber. Klaus Kleber ist nicht zu erreichen. Ich frage jetzt einfach mal die Regie. Wollen wir noch warten oder ist das, was wir an Informationen hatten, damit beendet? Dann gehen wir jetzt rüber zum Brennpunkt und zwar nach Köln zu Jörg Schönenborn.